hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren video review bei mir auf dem kanal mit den motoc 2.0 beziehungsweise masters of the universe classic club greyskull figuren oder den master of the universe classic figuren im filmation style und heute steht many faces auf dem tisch bevor ich die figur jedoch auspacke stelle ich mal eben und halte ich mal eben die vintage figur ins bild ja so sah er damals aus mit seinem normalen gesicht und man konnte auch so ein bisschen am kopf drehen aber das gucken wir uns gleich bei der figur an ich hoffe mal dass das auch da funktioniert ich habe bislang noch kein review über die figur mir angeschaut um eben unvoreingenommen in diese ganze sache rein zu schwappen ja der karton wie gehabt um das master of the universe logo darunter dann der name der figur oder des inhaltes hinten drauf haben wir noch das logo von super 7 in dem bereich wo dann wo es um das copyright beziehungsweise halt das trademark geht ist dann auch mattel aufgeführt und ja das ist halt der karton wo dann der zweite karton enthalten ist so ich schüttel mal eben hier so ein bisschen rum ich schüttel den mal ein bisschen unter dem tisch sonst kriegt den verpackung die sieht eigentlich immer gleich aus da ist momentan nichts zu sehen ringsrum hinten ist nochmal das masters of the universe logo natürlich drauf und noch mal der hinweis dass es sich für oder an die erwachsenen sammler richtet und eben kein kinderspielzeug ist also früher war es kinder spielzeuge in 80er jahren heute eben nicht mehr so dann lüpfe ich mal eben die packung zurück damit die packung auch ganz drauf ist und ich sehe jetzt die charakterdarstellung wie sie eben oder wie der charakter eben in der filmation cartoon reihe erschienen ist und jetzt einfach warum ihr habt schon etwas gesehen so sah er dann eben im cartoon aus also detailliert nicht die details sind halt dann sehr stark zurückgenommen wurden wie gesagt bei der vintage figur da war es ja noch so dass an den schläuchten halt noch so riffeln mit dran waren und das wurde dann eben bei denen bei der cartoon umsetzung weggelassen und ich denke mal auch dass es bei der figuren umsetzung auch so sein wird also der gefällt mir schon mal ganz gut die sache sieht auch nicht ganz so glänzend aus von den gliedmaßen beim speaker war ich dann im nachhinein doch etwas enttäuscht dass die oberflächen der arme dann doch etwas schreckig aussagen und das ist halt immer ein manko bei bei den super seven figuren dass man quasi die katze im sack kauft also man sieht halt nur die prototypen die modellierten oder die ersten figuren die dann halt auch handbemalt waren von den gestaltern dieser reihe und zwar die four horsemen und das ist eine ganz andere sache wenn man jetzt mit matten farben eine figur bemalt oder nachher wirklich dann die serienfertigung sieht und da gab es halt dann doch schon einige enttäuschungen nicht so dass man am boden gelegen hat und geheult hat aber man hat sich noch gefragt was habe ich immer gerade gekauft so dann mal die packung geöffnet so ganz kurz mal zum charakter in der formation es gibt also verschiedene es gab ja die mini comics es gab dann diese figuren von mattel selber als die figur auf den markt geschmissen wurde in 80er jahren und in der formation war es halt so dass er kommt so als ziemlich netter bursche kommt er in den palast vorn king randor und queen marlina und soll halt als schauspieler beziehungsweise ist professioneller schauspieler und soll dann da halt an ja ein auftritt quasi im palast zelebrieren und da wird dann halt die vorgeschichte von adam erzählt so er sagt so he-man aber er ist ja selber he-man aber erzählt also die vorgeschichte wie er denn many faces kennengelernt hat und da war ist es so dass halt die widgets zwar so zwergen ähnliche kleinere personen nur keine menschen menschen waren es nicht es war so eine eigene rasse irgendwie und bei diesen widgets hat er bzw war er diese hatte er hat dann halt theorisiert mit allerdings nicht mit dem gesicht sondern als monster kann also gesichter drehen so und dann ist auch skeletor auf ihn aufmerksam geworden und eben weil er eben ein monster war und im mini comics haben es so beschrieben dass er dass er ein roboter und einen dämonen zusammen mit einem menschen quasi in einem körper trägt und in dieser dämonen beast form konnte er wiederum von beast man halt ja beeinflusst werden und hat dann eben skeletor gedient als sklave wird dann auch irgendwann im laufe der folge das war so mystery of many faces in dieser folge wurde er dann auch von beast man als sklave richtig tituliert und zumindest in der englischen version ja es kommt dann das wort als slave drin vor und die menschschaft dann aber mit seinen kumpanen natürlich many faces dann von diesem fluch beziehungsweise von dieser beeinflussung beast man zu befreien und er besinnt sich dann zurück mensch ich bin auch eigentlich ein ganz netter typ und bin ja eigentlich auch menschlich und ja wir sind sie eines besseren und wird dann eben dieser professionelle schauspieler und er kann dann nicht nur drei gesichter also bei der vintage figur waren zeit ist das jetzt noch mal dabei hat mal drei gesichter da haben wir einmal sein menschliches gesicht dann kann man drehen dann kommt halt das roboter gesicht und dann haben wir dann noch das monster gesicht und natürlich hat die alte figur noch den hüftschwung gehabt ist ja bei dieser reihe eben nicht der fall so und er kommt seinen namen übrigens auch von orko weil er hat noch keinen namen gehabt und dann überlegen sie halt und dann orko kommt halt dann auf mani oder many many faces und daraus wird dann halt dieses mani faces und er wird inzwischen ist der folge dann auch nur mani genannt also mani also hier ist mani auf dem blister wie alles dann so ist und dann ist hier noch eine lanze dann die kann ich mich jetzt nicht so erinnern dann sein blaster der angelegt ist an den vintage blaster noch ein zweiter blaster damit dabei ist könnte gut sein jetzt in der zweiten folge in einer folge wo ich nicht so dran erinnern können da waren halt eventuell auch noch diese anderen waffen dabei gehe ich mal stark von aus und dann haben wir hier noch so einen propeller auch noch raus ich habe jetzt gehofft dass da zumindest noch ein anderer kopf dass man halt irgendwie nehmen kann noch ein anderer kopf drin ist denn in der folge hat er dann auch am anfang als er dann wieder quasi gut war das war dann quasi das andere war das zurückblenden hat er dann eben auch die gesichter von skeletor und beast man drauf gehabt also nicht nur dann diese drei gesichter menschlich oder ein echtes aussehen oder sein eigenes gesicht dann das monster und eben den roboter roboter den roboter hat sondern eben auch noch diverse andere gesichter und das wäre natürlich cool gewesen wenn auch ein kopf extra dabei gelegen hätte aber ich lass mich überraschen vielleicht kommt ja was ganz anders heraus wenn ich den kopf drehe so jetzt auch mal ein bisschen sputen ich habe schon ja viel zu viel triviales am anfang geschnackt hier haben wir dann noch das gummi das obligatorische ich versuche jetzt mal diese waffen daraus zu bekommen um da halt nicht ich weiß mal nicht ob die halt aus weichem material gefertigt sind oder aus festerem material also hier ganz kurz man sieht also noch die modellierungsspuren also wirklich als wenn das ding immer noch aus clay gefertigt ist lege tisch messer nie an eine tischkante es könnten kinder darunter stehen oder krabbeln ja wie so eine hapune auch sehr spitz irgendwie so ein bisschen an den speaker weil da hat man sich auch die finger dran also es ist schon zumindest sieht das doch aus wirklich wie modelliert also nicht wie am rechner modelliert sondern so ein wie lackiert wahrscheinlich stoppt momentan bei uns in der gegend ist übrigens der radioamfang beschissen um es mal so ganz provokant zu äußern ich hab da laufend doppler dass sich wahrscheinlich an dieser umstellung von analogen und digitalem radio und da höre ich manchmal welche sachen fünf sekunden segmente dann noch mal und das bleibt wahrscheinlich hängen ja manche nage fährt man eine kurve kommt gerade ein interessanter oder ist gerade etwas sehr interessantes im beitrag und dann fehlen diese fünf sekunden weil ich dann wieder in den frequenzbereich komme ich werde in digitalen oder in den analogen das ist aber das wird abhängig desto besser das wetter desto kürzer sind halt diese doppler und diese sequenzen muss ja irgendwie auch jetzt auch ein bisschen was erzählen muss die zeit verbunden wo ich den versuche jetzt aus der packung zu zu drücken muss den hier unten raus jetzt habe ich hier fast aus dem torso gerissen habe ich das gefühl wenn die figuren drin sind fahren sie auch mal in so einen backofen damit sich der blister wirklich richtig schön an die figur anschmiegt also mehr als eigentlich muss das gummiband weil ich packe alles wieder in die packung man weiß ja nie schlechte zeiten ich muss figuren verkaufen also auch alles dabei sein wird es natürlich nicht als original verkaufen ich würde die sachen wahrscheinlich auch nicht mehr um die beine rödeln aber es soll zumindest dabei sein aus der packung raus ziemlich zerknüllt und der steht trotzdem das ist schon mal schön also die gelenke sind zwar ein bisschen wackelig aber sie klicken dann zumindest nur bis zu dem nächsten rasterpunkt gut da rastet ein bisschen oder geht ein bisschen über den rasterpunkt das ist schon mal ein bisschen vor zu formen auf jeden fall drehen wir den kopf haben wir nicht klar ich sehe jetzt auch nicht wo man jetzt hier das gesicht drehen kann der knopf fehlt der helm ist auf jeden fall aufgesetzt damit das gesicht da untergeht oder drunter gepackt werden kann gut er lässt sich hier drehen aber da passiert auch nichts wenn man jetzt in der hüfte dreht da hatte ich jetzt gerade die hoffnung das gelenk hat er auch eben könnte ich nach vorne jetzt hängt er fest also er klickt jetzt sehr leicht nach hinten aber nicht mehr nach vorne da ist jetzt ist auch doof dass jetzt keine bescheidung bei ist oder ist das klicken jetzt irgendwie dazu gedacht dass man den kopf dreht wird also das klicken richtig hier also jetzt nach hinten schlack hat er weg hab ich da gerade was kaputt gemacht ich meine auch für erwachsen sollte eine bildungsanleitung dabei liegen na gut trotzdem erst mal die artikulationspunkte das heißt also da schulter die schulter kann man drehen die lässt sich also nicht nach oben beugen doch so ein bisschen doch geht doch geht alles klar geht klemmt da ein wenig wahrscheinlich ein bisschen farbe drin so also das geht nach oben dann kann man den bizeps drehen dann kann man den elbenbogen sollte beugen können den kann man auch beugen die hand kann man beugen ein bisschen beugen und auch drehen und auf der anderen seite entschuldigung muss ich mal ein bisschen zoppeln keiner bricht drehen beugen drehen und beugen dann haben wir natürlich dann wie gesagt hier die den hüftschwung das gelenk hier was ein bisschen ja was auch nicht komisch dann den oberschenkel bereich kann man dann beugen und auch so ein bisschen drehen die hose ist farblich sehr dicht an dem das ist alles hartes material festes material die hose ist also gummi und das überrascht mich jetzt wirklich dass die hose wirklich in einem wirklich passenden farbton in einem richtigen passenden farbton hat gefärbt ist weil hier oben ist bemalt teilweise ja doch das ist nämlich helles material hier und das hautfarbene ist das echte und das blaue ist angemalt und das gummi ist wirklich in dem richtigen farbton und das hier oben ist auch das geht also man kann diesen kunststoff bemalen mit den richtigen farben kann man ihn bemalen weil ich war überlegen meinen tricops um zu malen damit dann dunkler ist so wissen wir nämlich viel zu hell viel zu strahlend gut knie kann man beugen und den fuß kann man beugen aber nicht schwenken das finde ich gut weil beim schwenken ist beim positionieren natürlich ein bisschen doof wenn man die füße nicht schwenken kann aber diese fußgelenke wackeln hat auch immer ziemlich stark das hat aber es war den mattel figuren die haben die ersten figuren aus dieser reihe rausgebracht bevor das super 7 dann die distribution übernommen hat und da hat man es mit dem fußgelenk mit den kippen bei he-man war es glaube ich sehr schlimm knick ja jetzt hat er das hört sich bei mir auch so an und so laufe ich dann auch also wenn man mir die bandscheibe so ein bisschen sich dann vorwölbt ich habe zum glück kein bandscheibe vorwölbung dann sehe ich genauso aus und dann dauert es noch ein paar meter bis ich dann wieder gerade gehen kann also ich schreite dann kann auch schon passieren dass dann so durch die werkstatt schreitet katastrophal macht keinen spaß will man nicht haben so ok er steht und das gesicht ja ich weiß nicht ich suche noch hätte jetzt darauf dass hier auch wieder dieses ist so oft bisher wirklich ausgeleiert ist und dann kann ich es bewegen er schlicht also vorne an aber nach hinten hin fällt er weg gut jetzt haben wir das eine gesicht das ist ein menschliches gesicht dann haben wir hier sind auch so kleine wo man mit dem nagel hinterhaken kann das schön die naht ich hoffe mal dass jetzt der lack hält sonst ist der lack ab und dann ist eine 50 euro figur im eimer so das ist jetzt ein monster gesicht und natürlich hat er dann noch gut jetzt sind so kleine stiege wenn man halt gedreht hat zwischen den gesichtern nee da nicht beim monster gesicht war es da ist so eine kante zum robo face mit dem knopf oben war toll aber den knopf hat er in der dings nicht gehabt finde ich doof dass den knopf allerdings auch zumindest im cartoon nicht eingemalt haben wäre nämlich super gewesen dann wäre hier dran gewesen man könnte ihn dann auch nutzen muss ich jedes mal an die nasen fassen jetzt genau das gleiche mit dem robot jetzt habe ich jetzt kommt er jetzt kommt er aber zumindest dreht er sich ich müsste also nichts irgendwie auseinander bauen damit es halt funktioniert so und das ist dann sein roboter gesicht und hier oben habe ich schon unglaublich irgendwelche schramm drauf gehauen oder waren die vorher schon ich weiß jetzt nicht jo ja er steht super also positionieren und gelenk festigkeit ist okay so da haben wir die blaster wie gesagt das ist jetzt der hier haben wir eher daneben ganz anderes blau geht schon fast ins lila und das ist jetzt der klar logisch alte blaster und das ist der neue der neue scheint auch bemalt zu sein also erscheint nicht aus dem kunststoff zu sein sondern eben das ist halt diese bemalung wie sie auch bei den prototypen so vom ganz gerade her angewendet wird dieses matte und ja so kommen dann leider die figuren meistens sich die kamera aus kann ich muss wieder einschalten so ich gehe schon wieder viel zu sehr ins detail denn es sind schon wieder zumindest jetzt gerade 18 minuten um ich habe ein bisschen mehr gebraucht um reinzukommen also ich versabbel mich anfangs immer und dann wird es halt stehen in der mitte schneide ich halt umgehen jetzt war es mal wieder passiert so das war jetzt der eine blaster wie gesagt er ist halt in den matten farbton wir halt dann auch die prototypen gemalt sind dann haben wir hier noch einen anderen blaster ich gebe ihm die waffen auch gleich mal in die hand die waffen darf man dafür die waffen sagen die zubehörteile gebe ich ihm gleich noch mal in die hand und hier hat also ganz immenses ding das ist wirklich das kommt wirklich dicht an einen cartoon ran da finde ich ein bisschen doof die klinge ist so ein bisschen licht durchscheinen gerade so in den dünnen bereichen hier unten in der schneide da scheint das licht durch und oben haben wir halt so einen schönen massiven kunststoff und lichtdurchscheinende kunststoffe finde ich immer wirklich mal so ein bisschen billig und auch bei speaker war es auch so dass dieser kunststoff teilweise auch gerade so im fingerbereich dann doch ein bisschen durchscheinend wirkte und es ist mal so von der wertigkeit her ärgerlich bisschen krumm ist das ding aber interessant irgendwie so von diesen typischen laser kühldinger kühleinheiten muss wir irgendwie sowas sein mit klinge unten dran also kinderspielzeug ist es wirklich nicht das ist schon nett also geht auch durch den handschuh gut und natürlich die lanze habe ich schon gezeigt lanzarote weiß ich nicht wo sie denn vorkam aber dann gucken wir mal mit der sache mit dem halten wie sind denn die fingers auch wieder sehr hart der kunststoff der hände ist sehr sehr hart ich versuche jetzt wirklich mal ich versuche das einfach mal da die von oben einzuschieben so ok also von oben reinschieben und da sieht es jetzt auch nicht so aus dass da die farbe abgeplatzt ist und die andere hand ist identisch geformt aber wenn er die eine hand geht da geht auch in die andere der blast hat jetzt ja unten so wie so ein klein knauf noch am griff gehabt und bei dem der hat eben keinen der lässt sich also viel besser reinschieben kann auch so ein scanner oder sowas ich kann jetzt nicht sagen was ist also wir weiß noch nicht so dass er in der formation jetzt irgendwas hatte zumindest in der in der folge also jetzt als robo ok ich mache jetzt als normalen hier ist es das monster du mann für ihn die waffen müssen doch einmal kann ich also doch schon mal spannend halt dann auch hier auch ein bisschen wo die farbe geklebt hat ok ein bisschen action pose vielleicht von vorne mal wieder ein bisschen doof aus ja auch tatsächlich ein bisschen blöd heißt halt in kurzen zeit hier mal etwas hinzubiegen das ist halt doof und wie gesagt die schneidung gern ich lasse sie mal gerade stehen und hier die figur hat kann natürlich dann gerne posen mit ihr wie er dann lustig ist oder sie natürlich ich wollte euch nicht ausgrenzen ich das hier wieder schelte gibt denn ich kenne auch spielzeug sammlerinnen ist so nicht das wahrscheinlich jetzt hatte und nicht das was wahrscheinlich jetzt die ganzen herren denken so ist es nicht also mädels sammeln nicht nur barbiepuppen ist nicht so es gibt auch männer die barbiepuppen sammeln ich gebe mir jetzt erstmal die ganze in einer hand aber das geht auch können sie dann also auch tragen raus drehen und dann noch mal diesen fetten blaster in die hand gedrückt für meinen mit studie von mir kunst und kulturgeschichte muss dann mal referat schreiben was ich über was ich geschrieben habe also muss so richtiges buch ist das geworden aber wir müssen die ganzen sachen welche als das hat sich auch mal etabliert auch wie das ganze dann so als nicht nur große blätter sammlung oder in der im schnellstab gegeben hat sondern richtig wissenschaftliche arbeit hat man natürlich dann das ganze binden lassen oder gebunden manche haben es binden lassen ich habe mich mal meine erste buchbindung versucht ja zumindest hat er dann steht auch also ich bin super dass die figur super steht super super seven man klappt doch mal was unglaublich ja ja zumindest habe ich dann über starbos und mein mit studie mein kunden die tonne wie es immer so gut gestorben heißt hatte dann überall gruppen geschrieben das fanden wir zuerst interessant ja das war aber war cool war cool das war doch gar nicht verkauft war die scheiße aber nun gut okay das mit waffen funktioniert dann mit dem kopf drehen also mit den gesichtern drehen funktioniert muss das ding hier sind halt wieder auskriegen das soll ich nicht halten ich würde ihn dann an welchen display sondern natürlich den also soll er natürlich dann den vintage mäßigen blaster bei sich tragen desto mehr ich jetzt gerade hier versuche die dinger in die hand zu drücken desto mehr bewege ich die gelenke und desto laberiger wird die figur also da muss man schon sagen die gelenke sind jetzt auch nicht so dazu gedacht dass man laufend die figuren dann eben neu positioniert was ja auch nicht gegeben ist was bei den anderen figuren ja der fall war dass man in dem fußbereich also im bereich über den stiefeln da ungefähr obwohl die an die stiefel aufgehört haben hier komplett die schienenbeine modelliert dass da noch mal gedreht werden konnte man diese füße noch so ein bisschen in so eine v position bringen konnte und knick und das ist hier nun nicht möglich das ganze muss man dann eben über die oberschenkel gelenke dann steuern das drehen gucken da steht ja dann bin ich also voll über der zeit ich habe eigentlich vorgenommen so maximal eine viertel stunde das ganze aus anzulassen aber ist mehr geworden war ja auch ein bisschen mehr da ist ja noch was bei und zwar dieser motor diese windmühle dieses messer ding so bringen tut sie super ist auch der gleiche kunststoff wie halt die klinge war das heißt also auch so ein bisschen licht durchlässig bisschen transluzent aber also mein tipp geben kann wo das ding vorkam danke sagt mir wo die blumen sind wo sind sie geblieben messerschnitt in sie geschwind dann noch mal so ein bisschen metal flower power quasi als abschluss und ich bedanke mich viel mal fürs reinschalten und würde mich freuen wenn wir auch beim nächsten wieder mit dabei seid ich verspreche mit der zeit diesmal etwas sparsam umzugehen in dem sinn ja noch mal vielen vielen dank fürs reinschalten und ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020